Hi, liebt ihr auch diese Tutorials, wie man sehr viele Effekte bei CapCut machen kann, wie man CapCut nutzen kann, um wirklich seine Videos toll zu schneiden? Ich mag sie. Aber fällt es euch vielleicht auch manchmal schwer, tatsächlich am Smartphone eure Videos zu editieren, zu schneiden, Effekte einzubinden und so weiter? Dann habe ich eine Alternative für euch, denn CapCut gibt es auch als Desktop-Anwendung und die zeige ich euch eben mal kurz. Also, wenn ihr CapCut runtergeladen habt und installiert habt und dann könnt ihr direkt hier ein neues Projekt starten, dann könnt ihr euer Projekt, euer Film, euer Rohmaterial, das ihr habt, hier einfach importieren. Das mache ich jetzt auch mal. Ich schnappe mir mal einfach dieses hier, lege es einfach rein. Dann könnt ihr das in euer Bearbeitungsfeld geben und hier könnt ihr jetzt tatsächlich Effekte hinzufügen, ihr könnt Sticker hinzufügen, ihr könnt Filter setzen, ihr könnt Transitions machen. All das, was ihr auch in der App machen könnt, könnt ihr hier im Grunde auch. Und der besondere Clou, den möchte ich euch noch zeigen, ihr könnt hier auch automatisch Untertitel erzeugen lassen und zwar sogar auf Deutsch. Einfach auswählen und kreieren, dann seht ihr, er arbeitet jetzt. Und diese deutschen Untertitel oder die Untertitelfunktion allgemein funktioniert sowohl in der App als auch hier im Desktop eigentlich sehr, sehr gut bei CapCut. Also, man kann sich da ganz, ganz viel andere Apps, wo das Subtitle-Programme sparen. Es funktioniert wirklich gut. Natürlich müsst ihr dann noch in die Texte gehen. Ihr seht, ihr könnt die auch beendern. Ja, ihr seht schon mal, relativ gut übersetzt. Natürlich versteht ihr das eine oder andere Wort nicht. Natürlich müsst ihr euch noch mal die große oder Kleinschreibung anschauen. Aber, wenn ihr das erledigt habt, könnt ihr Animation nutzen. Ihr könnt Farben nutzen, Einblende nutzen, Effekte nutzen und all das. Und wie ihr insgesamt seht, habt ihr hier in der natürlich jetzt eine angenehm große Arbeitsfläche, wie ihr sie vielleicht aus iMovie, Final Cut, Adobe, auch anderen Filmschnittprogrammen kennt. Arbeitet sich eigentlich sehr angenehm. Und ihr könnt auch hier natürlich jede Form wählen. Das heißt, ihr könnt auch hier sagen, hey, das ist ja eigentlich für ein Smartphone. Dann habt ihr eben auch eine Smartphone-Rundfläche. Das heißt, ihr könnt tatsächlich auch in der App euer Video in alle beliebigen gewünschten Formate konvertieren. Ja, soweit zu CapCut am Desktop. Ja, vielleicht ist es für den einen oder anderen von euch da draußen dann doch eine Hilfestellung, CapCut am Desktop nutzen zu können. Ich würde mich freuen, wenn der Tipp hilft und wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg mit euren Videos und wir sehen uns hier im LinkedIn-Feed.